hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf dem kanal leute und heute befinden uns wieder in meiner stadt aber nicht um weiterzubauen sondern möchte ich wieder ein gewinnspiel ankündigen weil es ist ja ostern und da versteckt man sachen und so weiter aber gewinnspiele sind ja langweilig wenn ich einfach sage ja schreibt kommentar weil das wäre ja langweilig und deswegen habe ich wieder eine challenge für euch jetzt für diese challenge müsst ihr ein paar sachen haben und zwar müsst ihr die minecraft java edition haben das ist das auf dem pc das was ich gerade spiele nicht windows 10 sondern java edition tut mir leid für alle die das nicht haben kauft es ist ja ich sage jetzt nicht dass es besser ist als die anderen edition aber es ist halt das original so dann braucht ihr instagram oder discord der link zu meinem discord und zu meinem instagram übrigens ist unten in der video beschreibung ziemlich weit unten aber es macht nichts jetzt habe ich noch gar nicht gesagt was ihr denn tun müsst und zwar findet ihr in der video beschreibung ein download von eben dieser stadt hier also ich kann euch das gerade mal zeigen die ist ein bisschen größer ihr werdet die kennen wenn ihr meinen kanal guckt weil da baue ich in den videos ziemlich viel davon so genau das gibt es in dieser stadt und nur in dieser version die ihr jetzt in der video beschreibung herunterladen könnt nur in dieser version gibt es das in anderen downloads nicht in dieser version sind hasen versteckt ich blende euch mal ein ein damit ihr wisst wie die aussehen genau so sehen die hasen aus es gibt auf dieser map fünf davon fünf hasen müsst ihr suchen und wenn ihr die alle gefunden habt dann schickt ihr mir bitte screenshots von den hasen ein screenshot macht ihr mit f2 übrigens in den standard minecraft einstellungen das sieht dann im chat so aus ja jetzt habe ich gelöscht aber wenn ich jetzt ein screenshot mache dann sieht das im chat so aus man sieht es hier klicken trotzdem noch so sieht das aus wenn ihr ein screenshot macht und jetzt gehen wir mal aus mein schrift raus und dann zeige ich euch wie ihr die screenshots findet und so leute wenn ihr jetzt auf den link unten in der video beschreibung klickt dann kommt ihr hier hin dann drückt ihr einfach hier auf download das ist ein sicherer download das habe ich hochgeladen da passiert nix okay also dann dann speichert ihr das irgendwie wo ihr es wieder findet zum beispiel hier auf dem desktop da habe ich das jetzt und jetzt drücken wir auf die tastatur die win taste und er gleichzeitig geben hier ein prozent abdata prozent dann drücken wir enter dann kommen wir hierhin gehen wir auf punk minecraft gehen hier auf saves und was wir jetzt auf dem desktop gespeichert haben das packen wir einfach hier rein okay und dann haben wir sowas hier das öffnet ihr dann einmal in dem fall mit winra oder 7zip oder was ihr halt habt und dann ziehen wir einfach das hier hier rein das dauert ein bisschen und dann habt ihr das hier so genau und wenn ihr dann minecraft öffnet dann müsst ihr aufpassen dass ihr hier die 1.13 nehmt wenn ihr das solltet ihr standardmäßig haben einfach hier drauf drücken laden und dann müsst ihr in eurem single player gehen da die welt suchen und da geht ihr da rein und sucht die osterhasen macht screenshots die screenshots findet ihr übrigens auch im punkt minecraft ordner hier bei screenshots und dann ganz unten sind die neuesten jetzt seht ihr wo die hasen sind das ist nicht gut und dann nehmt ihr einfach die screenshots und schickt die jetzt habe ich schon wieder zu meinen bin ich doof nehmt ihr den screenshots und schickt den mir auf discord das ist das hier wenn ihr das nicht habt könnt ihr das runterladen oder auf instagram das geht auch einfach da schreiben wenn ihr alle fünf habt mit screenshots damit ich das kontrollieren kann genau und als letztes klären wir doch die spannendste frage von allen und zwar was kann man gewinnen ihr seht es hier schon einmal lego der hobbit die vollversion den steam code genau das wären die system voraussetzungen ich glaube aber das hat jeder und dann kommen wir noch zum zweiten was man gewinnen kann ja das ist das zweite was man gewinnen kann also es gibt jetzt habe ich f12 gedrückt das ist doof wegen dem hotkey kann ich nichts für tut mir leid leute also das ist das zweite was ihr gewinnen könnt 15 prozent rabatt bei rocket ich denke mal ihr kennt alle rocket fett das ist aber nicht gültig für die rocket full car also wenn ihr unbedingt die kaufen wollt tut mir leid leute aber sonst alles oder alles das war's für dieses video wenn es gefallen hat das bleibt aber da was getan habt oder sie muss geben nächste wieder Ciao O oh